Hallo, ich bin Johanna und ich erzähle euch heute ein bisschen was über den Platz der Göttinger Sieben, auf dem wir gerade stehen. Dieser Platz ist einer der zentralen Orte des Studierens in Göttingen. Hier steht nämlich nicht nur das ZHG, das zentrale Hörsaalgebäude, wo eine Vielzahl von Vorlesungen stattfindet, sondern auch die SUB, die Hauptbibliothek hier in Göttingen, Staats- und Universitätsbibliothek, und einige der Standorte der unterschiedlichen Studienfakultäten und Einrichtungen. Die SUB hat ihren Hauptstandort IHR, ist aber auch noch vertreten durch die Bereichbibliotheken und verschiedenen Standorten über die ganze Stadt verteilt. Sie ist mit 7,7 Millionen Medieneinheiten eine der größten Bibliotheken Deutschlands. Das Theologikum, kurz auch THEO genannt, ist das Gebäude der Theologischen Fakultät. Hier finden wir sowohl die Studierenden auf Pfarramt als auch die Studenten, die Religion auf Lehramt studieren. Im ÖG, im Ökonomikum, sind alle wichtigen Räumlichkeiten der wirtschaftswissenschaftlichen und der sozialwissenschaftlichen Fakultäten untergebracht. Das Juridikum ist das Hauptgebäude der Juristischen Fakultät, wo sowohl die Lehrstühle ihren Sitz haben, als auch die Bereichbibliothek der Rechtswissenschaft. Das Verfügungsgebäude, hier kurz VG hinter mir, wird von fast allen Fakultäten in Göttingen für ihre Seminare genutzt. Das besteht eigentlich hauptsächlich aus Seminarräumen, die dann je nachdem von den Fakultäten genutzt werden können.